Parivrita uttita parsvapada upavishasana ist eine Variation der einbeinigen Vorwärtsbeuge, die mit Drehungen verbunden ist und aufgestellten Fuß hat. Du streckst das linke Bein aus und setzt die rechte Fußsohle auf den Boden, sodass das Knie nach oben ragt. Deshalb auch uttita parsvapada, das heißt ein Bein ist auf der Seite. Dann beugst du dich über das gestreckte Bein und fasst, wenn du kannst, mit einer Hand von außen an den Fuß und drehst dich so über das Bein. Raffaela wird gleich noch die andere Seite zeigen, dabei kannst du vielleicht noch mehr sehen, was mit dem gebeugten Knie passiert. Parivrita heißt gedreht, uttita parsvapada ist der seitlich aufgestellte Fuß und upavishasana ist letztlich diese einbeinige Vorwärtsbeuge. Upavishasana ist manchmal auch die Stellung im Hocken, die Hockstellung. Bein Wanderer Bein Wanderer Bein Wanderer